Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Alles klar, Neil. Wir kamen in Frieden im Namen der Weltbevölkerung. Wir hören dich, Neil. Wir wollten zum Mond fliegen nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Wir hier unten haben euch geholfen. Wir haben die straffen Fesseln der Erde abgeworfen und das Gesicht Gottes berührt. Ja, sammle einfach ein paar Steine und tüte sie ein, Neil. Dann fliegen wir dich sicher zurück.